Und ihr braucht... Ah, klar. Ja? Ja, klar. Kein Problem! Nicht geklappt. Generiere leichte... Was? Generiere individuelle Jedi-Kleidung? Okay. Jedi-Kleidung. Ups. Ich hab grad ne Menge weggeschmissen. Mal gucken, ob die da auch drin sind, beide. Sternenschmiede-Roben. Schwere Dura-Stahlrüstung. Okay. Shooter-Hacken. Schauen wir mal hier rein. Eine Sonde ist ja nichts. Ob da was anderes ist? Individuelle Jedi-Kleidung. Bitte noch einmal. Dann schauen wir uns mal die Roben an, ob die was bringen oder ob die Müll sind. Ich denke mal, dass die gut sind. Ansonsten würde ich dir hier nicht noch mal kurz vor Schluss geben. Drei bis... Drei und acht. Kate Roma hat fünf und acht. Schauen wir doch mal. Fünf und acht. Benötigt Jedi-Verteidigung. Beschränkung. Helle Seite. Geschaffen durch die geheimnisvolle Technologie der Sternenschmiede fokussiert diese Robe, die ihre macht mit diesem Träger, um ihre Energie aufzuladen. Obwohl die Sternenschmiede selbst der ein Artefakt der dunklen Seite ist, analysiert die Robe nur die Eigenschaften des Trägers. Sie ist also auch für den Diener des Lichts ein mächtiges Artefakt. Ein Jedi kann sie tragen, ohne der dunklen Seite verführt zu werden. Und ich bin nicht gut. Scheiße. Drei und acht. Nein. Scheiße. Juhani wird jetzt rocken. Kacke. Und ich bin doch kein guter Jedi. Und da kommt schon wieder den nächsten Idioten. Jetzt bekommt ihr das. Gegner werden eindeutig hierher teleportiert. Und da kommt schon wieder auf. Ah! So, rennen wir mal lieber weiter Ich sagte rennen Genau Auf in die Kommandozentrale Hier hat Bastila uns verlassen Bitte, bitte, bitte Nicht, nicht, mich, mich verlassen, ihr beiden, ja? Yeah, Bastila Meister, warum habt ihr mich gerufen? Ohne meine Kampfmeditation können die republikanischen Großkampfschiffe bis zur Sternenschmiede selbst vorstoßen Unser Gespräch dauert nicht lange, Bastila Ihr könnt eure Kampfmeditation gleich fortsetzen Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Revan auf der Sternenschmiede ist Revan? Aber... Die Macht führt uns in den Kampf mit meinem einstigen Meister Endlich haben wir die Chance All unsere Feinde an einem einzigen Tag zu vernichten Vernichtet Revan Und beweist, dass ihr würdig seid, meine Schülerin zu werden, Bastila Beendet, was im Tempel der Rakata begann Ja, Lord Malak Ich fühle eure Angst, Bastila Und war die不是 am liebsten Die Chance Die Chance Die Chance Und sie Und sie Malak